Bier ist eines der beliebtesten alkoholischen Getränke in Deutschland. Egal ob zum Essen oder einfach als Erfrischung zwischendurch. Doch wie wird Bier eigentlich hergestellt? Das Wichtigste für uns bei der Bierbereitung sind die Rohstoffe. Nach dem deutschen Reinheitsgebot dürfen zur Bierherstellung nur vier Zutaten verwendet werden. Gerste, Wasser, Hopfen und schließlich noch Hefe. Als Hopfen verwendet man heutzutage sogenannte Hopfenpellets. Die Hopfenpellets haben den Vorteil, weil wir ja immer gleichbleibende Qualität haben müssen, dass man genau festlegen kann, wie viel Alphasäure im Bier sein soll und tut dann dementsprechend zwei, drei Päckchen dieses Hopfens hinein. In der Schrotmühle wird das angelieferte Gerstenmalz zerkleinert. Anschließend wird es in der Maischpfanne mit Brauwasser vermischt. Dabei gehen die wichtigen Inhaltsstoffe des Malzes in die Maische über. Im Läuterbottich werden die festen Bestandteile der Maische von der Flüssigkeit getrennt. Während die Würze abfließt, bleiben die festen Stoffe, der sogenannte Malztrieber, zurück. Dieses Nebenprodukt wird meist als Tierfutter verwendet. In der Würzpfanne wird jetzt der Hopfen zugegeben. Die Würze wird dann etwa anderthalb Stunden gekocht. Je mehr Hopfen der Brauer zugibt, desto herber und bitterer schmeckt später das fertige Bier. Im Whirlpool werden anschließend die noch verbleibenden Trübstoffe entfernt. Danach wird die Würze im Würzkühler auf ca. 10 Grad Celsius heruntergekühlt. Im Gärtank wird der abgekühlten Würze Hefe hinzugegeben. Sie wandelt den gelösten Malzzucker in Kohlensäure und Alkohol um. Nach 5 bis 8 Tagen wird die überschüssige Hefe abgezogen. Das Jungbier ist nun fertig und darf jetzt noch etwa 3 Wochen in großen Lagertanks nachgären. Um ein hohes und gleichbremtes Qualitätsniveau zu erreichen, steuern wir alle Prozesse der Gesamtpower auf unsere PCs. Nachdem das Bier nun vollständig gereift ist, kann es in Flaschen oder Fässer abgefüllt werden. Das hierfür verwendete Leergut wird in Kästen angeliefert und muss zunächst sortiert werden. Im nächsten Schritt werden die alten Flaschen aus ihren Kästen gehoben und fahren auf einem Fließband zur Reinigungsanlage. Hier heißt es für die noch ungewaschenen Flaschen dann, zunächst Schlange stehen. Nach einer gründlichen Säuberung kommen sie ohne Etikett wieder aus der Maschine heraus. Doch woher weiß man, ob bei so vielen Flaschen auch wirklich alle in Ordnung sind? Um auf Nummer sicher zu gehen, wird jede Flasche einzeln überprüft und fehlerhafte, kurzerhand aussortiert. Die makellosen Flaschen können nun befüllt werden. Denn was wäre eine Bierflasche ohne Bier? Anschließend noch einen Kronkorken drauf und schon geht's ab zur nächsten Station. Was jetzt noch fehlt, sind die Etiketten. Die Flaschen bekommen eine kalte Dusche, damit die Etiketten besser kleben. Bevor die Flaschen verpackt werden, erfolgt noch eine letzte Qualitätskontrolle. An dieser Station wird unter anderem überprüft, ob die Etiketten richtig sitzen. Der größte Teil der fertigen Flaschen wird vollautomatisch in Kästen gehoben. Der Rest wird mit Papierbindern in handliche Six-Packs zu je sechs Flaschen verpackt. Gastronomiebetriebe und andere Großabnehmer bevorzugen allerdings Fässer. Diese werden erst einmal gründlich gereinigt und anschließend mit Hochdruck neu befüllt. Um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, werden auch hier regelmäßig Proben gezogen und analysiert. Wenn das Labor sein Okay gibt, geht es ab ins Lager. Ebenso wie die Fässer werden auch die vollen Bierkästen auf Paletten sortiert und in der Lagerhalle zu teils meterhohen Türmen aufgestapelt. Im Akkord werden die Paletten mit Gabelstaplern auf Lkw verladen, um dann möglichst schnell ihre Reise zum Kunden anzutreten. Über all die Jahre haben sich die verschiedensten Biersorten entwickelt, wobei jede Brauerei neben den Klassikern auch ihre eigenen Spezialbiere anbietet. Doch auch wenn das Bier noch so köstlich schmeckt, sollte man es mit Verstand genießen. Wir Bierbrauer sind schon seit langem dafür, dass es mit dem Produkt und Kulturgut Bier maßvoll umgeht. Und wir Bierbrauer haben, was auch die Jugend betrifft, einen guten Spruch gehabt, den wir auf unsere Brauerlehrlinge immer wieder ans Herz legen. Wir Bierbrauer, wir trinken Bier zum Wohlsein und nicht zum Vollsein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020